Und der Arnim kommt und Arnim hat bei mir wahrscheinlich die Tür geschmiert. Ich werde gleich weg machen. Hallo! Moin Arnim! Blümchen! Ja, naja, hat der Claudi mich gefragt, ob ich die für Malis mitnehmen will. Hat die erst dann einen Kunden, da hab ich gedacht, dass wir drücken, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was mache ich denn? Bitter sauber. Man sieht da ohne Paprika schöner aus. E-Bone 73. Ja. Schön. Schön. Ooh, schön! Ho, vollkommen! Ich hatte einen Di-Bone, eben! Ich hatte einen Di-Bone, geradeино an. Er hat einen Di-Bone, aber dann bin ich nicht sicher und ich verschöne ermiyorum. Abgekratzt und übergestrichen. Leider nicht perfekt, aber Watt ist schon perfekt. Weg ist es. Das ist wichtig, dass sich der Scheiß nicht vermehrt an der Wand. Das ist sehr wichtig. Musst du gleich weg machen, ansonsten schlägt morgen die nächste drauf. Hier geht alles schnell.